Aus der Ferne denkt man zunächst an einen großen Holzstoß mit frisch gefällten Bäumen. Erst wer näher kommt, erkennt das schlicht geformte Gebäude. Nur ein mit Bernstein ausgelegtes Kreuz erinnert überhaupt an eine Kapelle. Es ist die spektakuläre und moderne Wegkapelle von Unterliedsheim, entworfen vom englischen Architekten John Pawson. Sie ist Teil des außergewöhnlichen Projekts Sieben Kapellen der schwäbischen Siegfried- und Elfriede-Denzel-Stiftung. Realisiert werden die Objekte alle vom Holzbauunternehmen Gump und Mayer in Binswangen. Alfred Bühler bereitet den Bau der Kapellen vor. Der Architekt macht den Entwurf, macht den Eingabeplan, die Genehmigungsplanung. Und ich setze dann die Idee des Architekten, setze man dann den Holzbau um. Es sind ja lauter verschiedene Architekten und jeder will sich natürlich mit seinen Ideen verwirklichen. So entstehen völlig unterschiedliche Objekte wie die Wegkapelle bei Gundelfingen. Architekt Hans Engel aus Friedberg setzt auch auf das christliche Kreuz. Doch zugleich hat er Glasscheiben mit Zitaten von Gelehrten installiert. Alles, was gegen die Natur ist, hat keinen Bestand, sagt Charles Darwin. Nahe dem Kernkraftwerk Gundremmingen bekommt der Spruch eine ganz eigene Bedeutung. Siegfried Denzel und seine Frau Elfriede, erfolgreiche Unternehmer aus Wertingen im Ruhestand, wollen mit der Stiftung der Sieben Kapellen etwas Bleibendes schaffen. Der Weg in die Kapelle ist offen, die Tür ist offen und der Blick in und aus der Kapelle bietet jedem eine gewisse Nachdenklichkeit, eine gewisse Öffnung. Und dieses Angebot ist also der Grundpfeiler für die Idee der Sieben Kapellen. Das Angebot wird gut angenommen. So empfing der 88-Jährige an der Wegkapelle von Emersacker gerade eine ganz besondere Gruppe. Alle, die hier kamen, haben ihre Kinder und nächste Angehörige bei einem Verkehrsunfall verloren. Sie haben gebetet, sie haben gesungen, sie haben die Namen, die zwölf Namen ihrer toten Kinder vorgelesen, eine Kerze angezündet, oben ein blaues Licht, ein besonderes Licht. Derzeit wird die vierte der sieben Kapellen bei Oberbechingen im Landkreis Dillingen aufgerichtet. Architekt Frank Latke aus Augsburg spielt dabei mit einem besonderen Dachfürst über der Diagonalen. Und das Kreuz im Inneren wird nur durch seitliche Glasfenster beleuchtet. Spannend. Am kommenden Samstag wird die Kapelle ökumenisch gesegnet und drei weitere werden noch folgen.